ARD Text im Auftrag von Funk Ja, bedient euch so! Gönnt euch! Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal eine chillige Grillparty für die Nachbarschaft. Einfach dieses Vibe zwischenmenschlich mit den Leuten. Jetzt habe ich recht fett vorbereitet. Ein bisschen Grüns und Shit. Voll easy. Wo ist das Feuer? Wo ist der Grill? Ah ja, voll so! Ey, nein! Ja, warte, da hat es einen Ascht so. Er hat etwas Papier. Er hat etwas Papier so. Ich habe die Pippe, sorry. Er hat ja den Kiefer eingeladen. Haben wir gedacht, warum nicht? Jetzt hätte die Haschbeere vergessen, das Feuer zu machen. Habe ich noch gesagt, machen wir doch ein Hörnli Salat. Oder du? Wetter sehen, ich will auch nicht raus essen. Jetzt ist es zäuber, oder? Das ist eine grusige, blute Wurst. Die ist sich nicht drauf. Ich habe keine Zauber. Ich habe keine Zauber. Wir wollten uns ja schon lange mit den Bündnis aufrunden und das war der perfekte Moment. Genau, genau. Und Susel und ich, wir sind ja aktiv in der Sivi. Also so ein Feuer, das sollten wir herbringen. Das schaffen jeder Double. Du, ich schaffe das nicht. Geht's. Wir müssen es anders machen. Das war eine Katastrophe. Ich musste etwas machen. Wir haben ja kein Feuer. Ich hatte ein Feuer. Um Affiliate in der Saison. Ein bisschen Gasolina und alle drehen durch, als du wierst du ein Daddy-Junkie. Ich meine jetzt habe ich meine Puercoasado und immer noch kein Feuer. Langsam, ich habe auch keine Lust bei diesem fete Schwein. Nicht du, Jürgen! Hallo zusammen! Sorry für die Verspätin. Wer kann ich beziehen für den Trink? Hedei! Ich bin erneut an der Nachbarschaft und ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Einladung von Patrick. Total angenehm. Aber er ist ein wahnsinnig schlechter Gastgeber. Also das Getränke, den ich bekommen habe, ist laufarm. Es riecht furchtbar. Denn die Deutschen bringen nicht einmal ein Feuer hin. Es hat nicht einmal einen Hörnli-Salat. Also so gestresst wie heute bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Ja, hoi zusammen so. Ich kann noch schnell etwas sagen. Ähm, geil haben sie geschafft so. Ja, schön sind sie da. Ja, schön. Sie schreien. Sie schreien. Sie schreien. Sie schreien. Sie schreien für mich jetzt auch. Was ist denn da? Ja, ist okay. Es geht schon. Ja, es geht schon. Ja, ja. Grüezi. Sie schreien. Ja, wie auch mir. Sie schreien. Du, aber nein, das ist mir zu blöd. Ja. Wenn wir. Gehen wir? Ja. Ade zusammen. Ich werde es jetzt sowieso noch schaffen.